Da, 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 Nina, da, 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 da Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein. Mein Name ist Nina und links von mir sitzt meine Schwester, meine Sis, Lotta. Meine Sis, Lisa Kummer. Mal ganz kurz. Mit der ich diesen Podcast gemeinsam mache und präsentiere. Bei uns im Podcast erzählen wir die besten Geschichten, Fun Facts, Anekdoten, Wissenswertes. Wir besprechen tagespolitische Themen, wir besprechen gesellschaftlich wichtige aktuelle Debatten und unsere Meinung ist grundsätzlich immer die beste. Und vor allem erzählen wir all diese Dinge unfassbar gut, unfassbar unterhaltsam. Und unser Podcast ist aber nicht informativ gedacht in erster Linie, sondern er ist eigentlich mehr oder weniger wie ein Lebensratgeber-Podcast, ein Motivations-Podcast oder ein Selbstoptimierungs-Podcast. Denn wenn ihr diesen Podcast anhört und einfach alles, wie wir machen dann, die Sachen einfach, ihr müsst adaptieren, wie wir reden, ihr müsst nachahmen, wie wir über die Dinge denken und dann diese Geschichten einfach in euren Mind reinbringen. Und dann, wenn ihr mal wieder in einer Situation seid, wo ihr denkt, ach jetzt eine gute Geschichte, jetzt was Schlaues sagen, dann müsst ihr das einfach anwenden. Uns ist es dabei völlig egal, dass es von uns kommt, ihr könnt in jeder Situation so tun, als ob ihr euch das gerade ausgedacht hättet oder selber erlebt hättet, als ob ihr den Witz gerade, der kam einfach so, der kam einfach so in euren Kopf ein. So könnt ihr euch verhalten. Dann werdet ihr nämlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr reich, Pickel gehen weg, Ausschlag, lästiger Ausschlag am Rücken geht weg. Automatisch ist es wie so ein Strick, du läufst dann aufrechter auf jeden Fall und all die Dinge, die dir vorher schwergefallen sind, werden einfach von der Hand gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade dein Abi machst, kannst du überlegen, ja okay, lerne ich für LK oder höre ich lieber einen Podcast? Es ist natürlich deine Entscheidung, aber klüger wäre es, natürlich den Podcast zu hören und ihr könnt auch vor einer wichtigen LK oder so oder vor einer wichtigen Prüfung in der Uni, lasst ihr den einfach stumm laufen nachts. Ja, natürlich. In der Nacht, vor der Prüfung generell eigentlich auch gut, wenn ihr das immer macht, weil dann werdet ihr wirklich alles, es ist wie ein Glücksbringer eigentlich, diesen Podcast zu hören, zu konsumieren, weiter zu empfehlen. Genau, so viel dazu. Channelt einfach eure innere Nina und Lotta und ich muss jetzt nochmal Lotta betonen, weil es immer noch Schundblätter gibt, die schreiben, Blond mit Johann Bonitz, Nina und Lisa Kummer. Und ich weiß nicht, sogar letztens beim Diffuse-Magazin, LG an der Stelle, die kennen uns jetzt wirklich mittlerweile sehr gut, schreiben die Lotte. Vielleicht machen die das so eine Autokorrektur. Und das ist jetzt kein übelst absurder Name, deswegen, da war ich stinksauer drüber. Das ist was, was mich in letzter Zeit sehr aufgebracht hat. Aber überleg dir mal, wie gut wir es haben, weil es gibt Menschen, das verfolge ich, die, keine Ahnung, jetzt Kummer oder Müller oder Meier, das sind natürlich Namen, die gehen einfach, Lotta, Nina, Maria, Lisa, was auch immer. Wenn du da rausfällst, dann schreiben ja sämtliche Behörden und so ständig deine Namen falsch. Schrecklich. Oder sagen denen auch falsch, sprechen denen falsch aus. Schrecklich. Fürchterlich. Und ich bin ein Promi, ich bin so wie, das möchte ja sein, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ohne Scheiß, keiner auf der Welt schreibt Paris Hilton falsch. Wieso sollte es dazu kommen? Jeder Mensch weiß, wie Paris Hilton geschrieben wird. Genau so, finde ich, sollte das für meinen Namen gelten. Guck mal, Johann Bonnitz, das darf wirklich kein Problem mehr sein, Leute. Wirklich, ich heiße Lotta. Ja, nicht Lotte, nicht Lisa. Vor allem Lisa. Come on. Naja, jedenfalls. Ich war sehr aufgebracht und dann habe ich zu Nina gesagt, so, ich brauche jetzt eine Pause, ich brauche jetzt eine Break und deswegen brauchte ich eine Poolparty. Und Nina hat gesagt, gut, das machen wir. Wenn dir das besser tut, haben wir uns einfach mal alle Termine abgesagt. Wenn dir das besser tut, dann machen wir das. Wenn du das brauchst. Wir hätten am Wochenende was gespielt und dann haben wir gedacht, komm, lass sagen, dass wir, wie früher in der Schule, lass bei dem Veranstalter anrufen und sagen, Alter, hallo, ich bin heute früh aufgewacht mit Markendarm, ich kann leider nicht kommen. Und dann waren wir baden. Ja, ich sehe jetzt schon die Kommentare, die, wie kann man nur, nein, natürlich war das nicht so. Genau so ist es passiert. Unser Band-Kollege Johann, ihn hat es erwischt. Er hat sich diesen einen Virus eingefangen, den Nina und ich schon des Öfteren zu Besuch hatten, den Coronavirus. Und leider mussten wir wirklich, das kommt sehr, sehr selten vor bei uns, ist ja bei natürlich der aktuellen Zeit geschuldet, mussten wir ein Festival absagen. Das tut uns auch wirklich sehr leid. Wir sind auch sehr traurig drüber gewesen. Und um damit klarzukommen, auch an dieser Stelle natürlich an unseren Freund Johan. Natürlich. Und um damit klarzukommen, mussten Nina und ich auf eine Poolparty gehen. Wir mussten das machen. Ich habe auch an dem Tag gedacht, wenn Fans so dir folgen, so sind wie, ja genau. Ist ein bisschen mehr wie ein Festival gewesen. Festival wegen Krankheit absagen, aber selber beim Pool chillen. Aber ja. Ich wollte sagen, auf dieser Poolparty, das war so richtig mit frisch vielen Leuten. Das ist so ein bisschen wie so ein Festival gewesen, was ein Kumpel von uns veranstaltet hat mit seiner gesamten Familie. Und da sind wir richtig hingefahren mit dem Zug und ein paar Leute aus Chemnitz mit dem Auto, wo die ganzen Gepäckstücke drin waren, weil es war wie früher Festival. Man hat dort auch gezeltet. Und ich weiß nicht, ob das Star-Allüren sind, aber ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder in einem Zelt zu pennen. Genau dasselbe hast du Anfang des Jahres gesagt. Du hast gesagt, ich schlafe nie wieder in einem Schlafsack. Nee, Schlafsack hast du gesagt. Du hast gesagt, ich schlafe nie wieder in einem Schlafsack und ein paar Wochen später war so, ja klar könnt ihr bei mir in Berlin pennen, aber bringt einen Schlafsack mit. Und dann denke ich so, ja gut, ich muss jetzt nicht in ein Hotel, ja bla bla. Diese Zeltsache, Leute. Ich muss sagen, ich habe das einfach, wie wenn man was übelst gern isst und dann zu viel isst und dann nicht mehr ran kann. Du bist zeltsatt. Wir sind mit unseren Eltern die gesamte Kindheit jede Sommerferien zwei Wochen lang paddeln gewesen. Ja. Ich kenne jeden verdammten Fluss und jede Seenplatte in ganz Schland. Darüber hin, wir waren immer so, das war halt das Preiswerteste, was du machen kannst und es war auch geil für Kinder. Wir waren immer riesengroße Gruppen und haben halt dann jeden Tag einen anderen Zeltplatz gehabt, sind dann mit dem Boot weitergefahren, haben dort abends unser Zelt aufgebaut, haben dort gepennt, am nächsten Tag wieder alles zusammengepackt, wieder ins Boot gepackt, weitergefahren. Deswegen, wir können original in zwei Sekunden ein Zelt aufbauen. Ich kann in einer extremen Geschwindigkeit, ich denke, ich kann sogar mit verbundenen Augen ein Zelt aufbauen. Ich habe damit überhaupt, es ist einfach, und ich habe dann aber irgendwann gesagt so, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Zelten. Wir sind ja dann auch viel früher auf Musikfestivals gewesen, wo wir auch gezeltet haben und ihr wisst alle, wie das ist. Man legt sich abends in sein Zelt, es ist bitterlich kalt, man mummelt sich in seinen Schlafsack ein, macht noch einen Schal drum, Leggings, dicke Socken, Schlafsack bis oben hinzu und dann knallt früh ab, keine Ahnung, fünf Uhr die Sonne auf das Zelt, kein Schattenplatz weit und breit auf diesem Festivalgelände. Du wirst wach, weil du dich totgeschwitzt hast. Man ist wach und man schwitzt am ganzen Leib. Dann steht man aus, man steigt aus diesem Zelt aus und hat einen übsten Schweißfilm überall und kann sich erstmal erwaschen und dann ist es so staubig und sofort kommen üblich viele Staubpartikel. Und dann hat man überall so kleine Pickelchen, so Staubpickelchen und wir haben letztens schon davon geredet und die schwarzen Popel und so. Und ich war so, ich finde Zelten wirklich, es ist geil und so, aber ich habe einfach zu viel gezeltet. Für dich privat, ja, das ist ja auch eine völlig okay Entscheidung. Und wir haben am Wochenende wieder in einem Zelt gepennt, wir haben nicht viel geschlafen, deswegen war es okay. Wir haben ganz wenig geschlafen und ich konnte früh mit meinem übelst krassem Schweißkörper direkt in den Pool reinspringen. Deswegen ging das. Und dann unser Kontrast. Johann wiederum liebt Zelten. Er liebt Zelten so sehr, dass wir uns überlegt haben, ey, wenn wir auf Tour sind, dann kann er doch einfach beim Hotel unten neben den Autos dort auf so einer grünen Fläche Zelten. Wir haben uns gefragt, ob man das anrufen kann und sagen kann, hey, wir hätten dann gerne noch einen Zeltplatz. Unser Bassist würde gerne Zelten. Wir brauchen wirklich nur den Zugang zu einer Toilette, obwohl eigentlich auch das, scheiß drauf, da heben wir ein Loch noch aus. Ja, genau. Aber das sind so die Unterschiede und dann habe ich nämlich überlegt, okay, könnte man irgendwie einen Kompromiss finden, wenn wir auf Tour gehen und so, wie können wir das machen in Zukunft? Und dann bin ich mal durchs Erzgebirge gefahren mit dem Auto und habe auch so ein Schild gesehen, habe das dann mal gegoogelt und fand es dann, vielleicht schreiben wir bei uns auf dem Rider, wir möchten in Zukunft nur noch in einem Heuhotel schlafen. Und es ist wie ein Stall und du hast verschiedene Separets mit Heu drin. Das ist zum einen gedacht für Kinder, die dann so im Heu schlafen. Haben wir früher auch immer gemacht, ja. Aber auch als romantisches Wochenende gedacht, da gibt es so separate Heuzimmer. Und da habe ich immer dieses hier, warum liegt hier Stroh vor meinem Augen? Nee, ich habe da einfach in meinem Kopf, dass es piekst alles im Rücken. Ich kann mir überhaupt nicht, ich weiß noch, wir haben früher eine Freundin gehabt, die hat auf dem Bauernhof gewohnt, da waren wir natürlich ganz oft und haben da auch im Stroh gespielt. Und abends war ich aber immer heilfroh, dass ich die Klamotten, wo diese ganzen kleinen Strohpartikel drin waren, wegtun konnte. Und ich muss auch sagen, dieses romantisches Wochenende, ich denke da ja auch sofort, dass dann natürlich alle die Pärchen in diesem Heu dann so Sex haben. Und das finde ich, das ist ja dann so richtig animalisch, wie so zwei Schweine im Stall. Oh, iiih! Wie zwei Schweine! Manche finden genau das vielleicht, dass man einfach mal alles vergisst und dann wird man einfach zum Pferd im Stall. Oh, Nina, oh, iiih, wirklich. Ich fand das auch eher abtören, aber dachte vielleicht als Band dann so in so einem Heu-Dingpen, weil es gibt überall in Deutschland Heuhotelle. Ja, aber vielleicht kann der Johann auch einfach immer auf dem Festival, auf dem wir spielen, dort auf dem Zellplatz. Stimmt, ich bin übelst am Boden geblieben, ich zählte gleich bei den Fans. Und da bringt er nur Isomat zum Schlafsack mit und legt sich irgendwo. Oh nee, das wäre schrecklich. Das wäre wirklich schrecklich. Und was ich eigentlich sagen wollte, ne? Wir haben ja, ich habe mich auch aufgeregt, weil das hatten wir ja auch schon, habe ich dir Anfang des Sommers, habe ich darüber geredet und hatte jetzt auch nochmal den Beweis, Männer und Sonnencreme, das kommt einfach nicht zusammen. Alter, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ungelogen jedes Mal, hast du dich eingecremt, ne, ich brauche keine Sonnencreme, als wäre das, als wäre das was Uncooles. Und ich, ne, und deswegen bin ich jetzt nämlich auch sauer, ich, vorbildlich wie ich bin, habe mich bestimmt achtmal gestern eingecremt, wirklich immer wieder. Aber ich habe halt auch, neben dem vielen Eincremen, richtig krass hart gebadet. Also ich war richtig am Planschen, ich bin da rumgesprungen, reingerannt und im Ring und dann dort und bla. Und deswegen habe ich trotzdem einen Sonnenbrand im Dekollte und auf dem Rücken und auf den Füßen, die vergisst man immer. Und da dachte ich einfach nur so, also wie man dann auch aussieht, ne? Also du hast es auch immer so schön beschrieben, wie du dann, wie deine Brüste aussehen, wenn die dann diesen komischen Sonnenbrand haben. Naja, das ist bei mir im Sommer, deswegen müssen wir mal irgendwo FKK gehen oder so. Also man sonnt sich ja dann selten oberkörperfrei. Ja. Das heißt, meine Haut wird braun und dann habe ich zwei, das ist mir voll unangenehm, zwei so Mozzarella-Bälle. Ja, und weißt du, was das Ding ist? Die ganz weiß sind. Und man könnte ja jetzt denken, ja ey, dann geht halt oben ohne baden und ich habe nämlich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, weil in Göttingen gibt es ja jetzt ein Schwimmbad, wo man am Wochenende als Frau oberkörperfrei baden darf. Ja, das habe ich auch gesehen. Finde ich super geil, übelst wichtig und zum Beispiel gestern, ne? Da könnte man sagen, da waren nur Freundinnen und Freunde von uns, aber halt auch ein paar Leute, die wir eigentlich nicht so gut kennen. Denn theoretisch hätte man sagen können, ey, sind alle cool damit, wenn wir Mädels hier auch oberkörperfrei baden. So, man hätte das machen können. Aber trotzdem, man ist natürlich sozialisiert in der Gesellschaft und ich persönlich fühle mich halt dann auch sexualisiert, wenn ich halt oben ohne bin und fühle mich dann irgendwie angeglotzt oder irgendwie, das fühlt sich dreckig an. Obwohl das so absurd ist, weil auch letztens so hatten wir bei einem Shooting, hatten wir so Nippelsticker, die so passend zu der Farbe von unserem Hautton sind. Ich habe ja live jetzt auch immer Nippelsticker. Genau. Und weil wir, ich habe kein Problem damit, wenn man live das so durchs Top sieht. Ich finde das super geil. Aber irgendwie hatten wir Angst, dass wir dann die Fotos nicht posten können oder so. Ja, weil Instagram und so ja übelst engstirnig sind, was weibliche Nippel angeht. Und es sind ja speziell wirklich nur die Nippel von weiblich gelesenen Personen. Und ich finde das übelst krass, weil du auch im Backstage dann, wenn man die, oder bei dem Shooting, wenn man diese Nippelsticker drauf hat, dann hat man überhaupt kein Problem damit, da zu stehen, sich zu unterhalten und quasi oberkörperfrei zu sein. Und nur wegen diesem, das ist so sinnlos. Ja, und es ging mir genauso, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese Nippelsticker dran und kann mich oberkörperfrei irgendwie auch bewegen und so, ohne dass ich da irgendwie ein Anzeige... Das ist so komisch. Und ich finde das halt übelst krass, weil man ja immer wieder im Sommer dieselben Diskussionen hat. Und ich finde das, was die in dem Freibad machen, dass man da als Frau, jetzt gerade halt leider nur am Wochenende, aber dass man als Frau quasi oberkörperfrei baden darf. Weil das Ding ist ja auch, offiziell ist es nicht verboten, es gibt kein Gesetz, was die als Frau verbietet, oberkörperfrei zu baden. Aber in Schwimmbädern zum Beispiel, die haben halt einfach ein Hausrecht. Und die sagen halt, die Brüste von der Frau sind das sekundäre Geschlechtsmerkmal der Frau und deswegen müssen die bedeckt sein. Und ich finde, das ist so absurd. Und da gab es dann auch so Umfragen mit so irgendwelchen komischen Überschriften, so die Männer freuen sich mehr als die Frauen und so. Und es ist so, Alter, ich glaube halt und ich glaube auch voll, dass es... Und deswegen meine ich auch, waren wir halt nicht oberkörperfrei baden, obwohl das vor Freundinnen und Freunden war. Man ist trotzdem schambehaftet aus irgendeinem Grund, weil man so aufgewachsen ist. Vor allem es hilft halt auch nichts, wenn dann irgendwelche Überschriften sind mit Männer dürfen sich freuen. Genau, das ist halt scheiße. Also genau das ist so, darum hast du dann, hab ich auch einfach keinen Bock. Genau. Und ich glaube halt auch... Dann vor irgendwelchen Lerries, keine Ahnung. Man will halt ja auch nicht angeglotzt werden. Und das Ding ist aber, ich glaube, das ist so ein Ding, das muss man jetzt so... Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, in allen Freibädern dürfen Frauen, wenn sie wollen, oberkörperfrei baden, dann wäre das wahrscheinlich super unangenehm, die ersten paar Monate. Aber dann, ich glaube, das ist so wie bei übelst vielen feministischen Sachen, wenn dieser Punkt überschritten ist, wo das für Leute so absurd ist und diese sind wie, oh mein Gott. Und dann ist es normal und dann bist du... Nein, du musst das komplett entsexualisieren, dieses Ganze, was ja aber auch übelst lange Geschichte... Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie, ja okay, jetzt morgen und dann fühlen sich alle feiner mit, weil das muss aber irgendwann ein Körperteil sein wie, keine Ahnung, halt die männliche... Einfach wie die männliche Brust, dass du sagst, jo, ist nicht... Ich glaube, das dauert auch noch ewig. Aber das ist ja was, was ich mir wünsche, weil, ungelogen, wir waren mal an einem See baden mit einem Kumpel, der auch so nacktfrosch ist. Und da war es so ein Tag, da war ich so, ja, der Vibe, geil, und war auch oberkörperfrei schon mal so. Und ich wusste das einfach nicht, das ist so geil. Und wirklich, Typen, die jetzt den Podcast hören, die können es nicht nachvollziehen, aber dieses Gefühl, wenn Wasser an den Brüsten langzieht, wenn man schwimmt, ist so ein angenehmes Gefühl. Und ich war richtig so wie, Alter, was verpassen wir hier die ganze Zeit und wie dreist das ist, weil das so ein geiles Gefühl ist einfach. Und ich wirklich gerne oberkörperfrei schwimme, aber es ist halt trotzdem noch, ja, das ärgert mich irgendwie. Und dann ärgert mich umso mehr, wenn du dann auf den Festivalsommer fährst und da ist kein Schwimmbad, das ist kein Bereich, wo man gerade badet oder bla bla bla. Und alle Typen sind oben ohne, du begrüßt irgendwelche anderen Bands und umarmst die und die sind nackt und es ist übelst unangenehm. Und man könnte einfach mal sagen, Alter, lasst doch einfach mal eure scheiß T-Shirts an, schon allein aus Solidarität zu den ganzen Frauen, die halt nicht immer überall oberkörperfrei rumlaufen können, weil die halt dann angeglotzt werden, sexualisiert werden, dass als Einladung gesehen wird, dass die angegrabst werden und so. Und das hat mich so, und weißt du, und jetzt sitze ich hier und bin so wie, ich habe so einen komischen Sonnenbrand auf meinen Brüsten mit so einem komischen Abdruck und so. Ich auch. Und das könnte alles nicht, das müsste nicht sein, wenn ich einfach normal... Dann hätte ich mir nämlich meine zwei Titten komplett verbannt. Komplett verbannt. Und dann ist es mir aufgefallen. Das wäre viel geiler gewesen. Ich mache heute viele Themensprünge, aber weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Und jetzt, was kommt jetzt? Meine Vulva hat noch nie die Sonne gesehen. Deine auch nicht, oder? Als Kind. Weil ungelogen, ja, okay, das zählt nicht. Ich meine, ja, okay, in meinem Leben wahrscheinlich schon als Kinder und so. Vor allem, ich denke auch immer so, Alter, unsere Eltern, die sind aufwachsen mit FKK-Kultur und so und wir sind da überhaupt nicht mehr so. Da habe ich den Stock bis keine Ahnung, woher in meinem Arsch drin ist. Der steckt komplett tief in meinem Arsch drin. Und dann denke ich so, meine Vulva hat in einem erwachsenen Stadium noch nie die Sonne gesehen. Das ist doch übelst traurig. Weißt du, wie traurig die ist? Die weiß gar nicht, wie das ist. Und die Beine und so reden immer mit der und sind so wie, Alter, dieses Gefühl. Sprichst du mit der? Machst du mit meiner Yoni? Mit meiner Yoni-Workshops, Alter, genau so. Der Yoni-Workshop. Ja, aber das Ding ist ja einfach, ich finde es schon krass so. Und also FKK-Warten, da bin ich glaube ich noch nicht ready. Aber oben ohne, das möchte ich schon drin sein, finde ich. Jetzt fühle ich mich ein bisschen komisch, weil das hier so ein wichtiges Thema ist und ich habe zwei Schätzfragen mitgebracht und ich weiß nicht, ob das jetzt komisch ist. Das ist doch, ich wollte das einfach mal sagen und ich finde, ja, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun und jetzt, Nina, bitte, komm doch mit deinen Schätzfragen. Da ist noch viel zu tun. Warte ganz kurz. Themensprung. Denkst du, du hast jetzt immer mal eine Schätzfrage und wir sollten eine Kategorie draus machen oder? Ja. Okay, dann kommt jetzt halt die Kategorie. Schätz mal, Schätzchen. Also, bap, 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 bap. Ja, 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 deine Themen, blablabla, blablabla, blablabla. Freie Bad, Oberkauf, freier Feminismus, blu, blu, blu. Viel wichtiger ist doch. Ja. Wie viel Hoden sind ein Kilo? Warum, Nina? Also, ganz normale. Warum fragst du mich das denn? Also, sag ich mal, Durchschnitt, Hoden von einem Mann, wie viele davon müsste man auf eine Waage legen, um ein Kilo zu bekommen? Alter, die Vorstellung ist so krank, ekelhaft. Oh, wie ist es denn, ne, keine Ahnung, ein Kilo. Ein Kilo. Na, das ist ja nicht schwer, oder? Also, ich meine, ich glaube, sie wiegen nicht viel. Ich denke so ein... Du denkst was? Hoden wiegen nicht viel. Ich denke, ein Hoden... Weil wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Also, ich denke, ein durchschnittlicher Hoden wiegt so, wie ist ich denn der, 10 Gramm. Ich esse es doch auch, ne. Warte, warte, ganz kurz. Was hast du gesagt? Wie viel denkst du wiegen Hoden im Durchschnitt? Also, ich kann jetzt immer nur an meine Backwaage denken. Ich denke mal so zwischen 10 und 20 Gramm. Ist das zu wenig, oder? Das ist schon eigentlich sehr gut. Das ist schon sehr gut, ja. Echt? Wie viel wiegt denn so ein Durchschnitt... Na, Lotta, wie viele Hoden braucht es für ein Kilo? Ein Kilogramm sind tausend Gramm. Das heißt... Hundert... Mann, jetzt mach dir das, dass du nicht rechnen kannst. Mach dir einen Strich durch die Rechnung, weil du bist nicht dumm. Ich bin nicht so... Du kannst halt einfach nicht rechnen. Okay, Lotta, ich sag's dir, du hattest recht, es sind ungefähr, sagen wir mal, 20 Gramm. Sag mal 20. Ach so, 20, okay. Das heißt, es braucht 50 Hoden. Ja, es waren hier 21 Gramm ungefähr, also du brauchst 46 Hoden, um ein Kilo zu bekommen. Wow, vielen Dank für den Exkurs, Nina. Ich hab noch eine Schätzfrage. Ja? Die ist ein bisschen sad. Wie lange reden Menschen, die in einer Beziehung sind, egal ob... Eine romantische Beziehung. In einer, ja genau, hier, wie sagt man denn? Romantische Beziehung. Romantische... Ja, entweder kurz zusammen oder lang zusammen, ganz lange zusammen verheiratet, nicht verheiratet, blablabla, egal was für ein Geschlecht, so wie und egal wo auf der Welt, also auf der ganzen Welt, Menschen, die in Beziehungen sind, wie viel Zeit am Stück an einem Tag, also wie viel Zeit zusammengenommen an einem Tag... Alter, du verlierst mich gleich, Nina. Reden die miteinander. Okay, also wie viel... Wie viel Minuten oder Stunden... Alles zusammengerechnet. ...Gespräch besteht zwischen diesen zwei Leuten am Tag im Durchschnitt. Okay, also ganz kurz, du hast mir ja schon einen kleinen Hinweis gegeben, in dem du gesagt hast, es ist sad, deswegen würde ich jetzt schon mal weniger schätzen, als ich geschätzt hätte. Was hättest du jetzt geschätzt aus dem Bauch heraus? Na warte, ich möchte mal kurz drüber nachdenken, weil zum Beispiel, ne, also wenn ich mir... Ich hoffe, ich hoffe, dass man mindestens eine Stunde an einem Tag, oder? Obwohl, ey, am Ende haben die Jobs... Ich gehe jetzt mal auf eine... Also, und die sitzen, haben Fernbeziehungen, es gibt Leute, die sind seit 100.000 Jahren verheiratet, es gibt Leute, die haben so Jobs, dass die sich kaum sehen, aber es gibt auch Leute, die viel miteinander... Genau, es gibt auch so 14-Jährige, die den ganzen Tag rumhocken miteinander. Also, der Querschnitt davon, hm, ist halt schwierig, weil so die ganzen Leute, die 40 Jahre verheiratet haben, die reden, glaube ich, gar nicht. Da bin ich mir sicher, die sagen, guten Morgen und gute Nacht. Glaube ich wirklich, das ist super traurig, aber glaube ich wirklich... Also, während es dann 20 Sekunden. Die reißen es bestimmt übelst rein und deswegen sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde. Es sind fünf Minuten am Tag. Insgesamt? Ja. Alter, allein, wenn ich... Hä, aber allein, wenn du beim Bäcker bist, das ist doch bestimmt ein halbes Minuten... Nein, ich glaube, es ist sehr schwierig, weil es geht halt um alle Menschen, um alle. Fünf Minuten? Fünf Minuten, vor allem fünf Minuten rede ich doch schon, ähm, wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich beim Bäcker bin oder so. Na gut, fünf Minuten, dann musst du wirklich deine Bäckerfrau wirklich gerne... Na, ich quatsch dich schon ganz schön vorher. Ja, ich quatsch schon ganz schön. Aber, äh, ich finde, das ist so traurig. Ich war auch so... Das lässt mich noch mehr, also an Beziehungen, also, also, was? Das lässt ja noch richtig zweifeln. Fünf Minuten? Das ist doch nichts. Aber weißt du was, für Beziehungen das denn safe? Aber guck mal, das ist so, wenn du jetzt einmal in der Woche meinetwegen... Tagst du mir, dann sagst du, das, äh, was hast du gekocht? Ähm, Möhren mit Kartoffelbrei und Schnitzel, hat lecker geschmeckt, gute Nacht, safe. Das ist doch so traurig. Wenn du dich einmal in der Woche mit einer Freundin triffst... Ja. Äh, wie viel ist sieben mal fünf? Fünfunddreißig? Ja. Doch, ist es. Fünf mal fünf ist fünfundzwanzig, also sind sieben mal fünf, fünfunddreißig. Wenn du dich einmal in der Woche mit einer Freundin triffst und mit der, sag ich mal, vierzig Minuten redest oder siebunddreißig Minuten halt, dann bist du, dann ist das im Durchschnitt das, was Pärschen miteinander reden quasi. Weißt du, was das Ding ist, dass die, ich glaube, und das gibt es halt auch voll oft, dass die haben so ihre Partnerin oder ihren Partner und wenn die quatschen wollen, treffen sie sich mit einer Freundin. Und diese treffen die dann auch so, keine Ahnung, einmal in der Woche und dann reden die mal eine Stunde oder zwei über alles, weil die kann mir nicht erzählen, dass die nicht miteinander reden, weil die wirklich nichts zu erzählen haben. Und dann, weil, also das ist ja übelst traurig und ich möchte so diese Zahlen nochmal hochkriegen. Also bei den Hunden warst du gut beim Schätzen, aber bei dem gerade warst du nicht so gut. Macht nichts. Hey, Ulu, wenn du nicht vorher gesagt hättest, das ist sad und so, hätte ich gesagt, keine Ahnung, eine Stunde mindestens. Ich habe auch gedacht, eine Stunde. Aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen, vielleicht können wir einfach überhaupt nicht gut einschätzen. Oder wir quatschen halt nicht viel. Wir können nicht gut schätzen. Zum Beispiel, was heißt denn miteinander reden? Ich glaube, wenn ich jetzt eine Oma wäre und ich würde, keine Ahnung, mit einer Person heiraten, die still ist, weiß ich jetzt nicht, ob es passieren würde. Dann würde ich einen ganzen Tag zu Hause Selbstgespräche führen. Genau, dann würde ich ja den ganzen Tag, würde ich ja acht Stunden Sachen erzählen und die andere Person würde nur zuhören. Zählt das als Gespräch? Weiß ich nicht. Naja, sobald da, ja. Das ist halt auch ein bisschen die Frage, ne? Oder kommen. Vielleicht. Genau, das war meine Kategorie. Danke. Ich mag die Schätz-Kategorie. Aber bitte nicht so viel rechnen. Das mag ich nicht so. Ich habe jetzt noch ein Thema mitgebracht für dich und wollte dich fragen, ob du das schon mal davon gehört hast. Ich habe das letztens zum ersten Mal überhaupt gelesen. Man lernt ja auch immer wieder noch das Schub. Man lernt nie aus. Kennst du Queercoding? Ne. Ist nicht schlimm, oder? Das heißt, ich bin gerade schockiert, weil ich bin eine queere Maus, aber ich bin bei den Begriffen noch nicht so drin, sage ich ganz ehrlich. So, das beschreibt, dass man zum Beispiel bei fiktiven Figuren im Film, Fernsehen, bla bla bla, ganz kurz, dass man da bestimmte Verhaltensweisen oder sich irgendwelchen queeren Stereotypen, Charakterzüge, was Charakterzüge und sowas angeht, bedient, die andeuten, dass diese Figuren nicht cisgender, nicht heterosexuell sind, aber das nie explizit sagen, so wie der ist mit dem zusammen, sondern es geht quasi, dass es für uns den Anschein hat, ah okay, wenn der das, also durch die ganzen zum Beispiel homosexuellen Stereotype wird der Anschein vermittelt, dass man denkt, okay, der ist vielleicht, der ist vielleicht schwul oder so. Ja. Ähm, und wir kennen Queercoding aus vielen Disney Filmen. Disney Filme, ja. Zum Beispiel, aber auch aus anderen Filmen, aus Serien und so und das Problematische daran ist, dass dieses, die Menschen, denen diese queeren Charakterzüge gegeben werden, sage ich mal diese, ich muss immer sagen, das sind Stereotype, also ne, da, das sind meistens, und das ist das Problematische, die Bösen im Film, man hat Scar aus König der Löwen, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, der hatte so ein bisschen, sah sogar geschminkt aus, gestikulierte so, ähm, mit so weit ausholenden Gestiken und so, dann, äh, weiß nicht, Jafar oder aus Aladdin, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, dann gibt's die böse Seehexe Ursula aus Ariel, die Mergenfrau, die wiederum ne ganz tiefe Stimme hat und so, auch angeblich, äh, sogar in ihren, so einer Dragqueen nachempfunden wurde, und, ähm, wir lernen als Kinder dann, wir gucken diese Filme, sehen diese Verhaltensweisen, diese Charakterzüge und lernen ja in unseren kleinen, weichen Gehirnen, ah, die Bösen, die, die, äh, deren Auftreten negativ und böse und nicht wünschenswert ist, da gehört das irgendwie, das ist mit in diesem Paket dabei, so. Und das, das ist das, das, äh, das ist das richtig Blöde an diesem Queercoding und weswegen man darüber auch sprechen muss, weil, zum Beispiel auch beim Joker. Ja, das ist auch einfach, man ist so, ich finde, ich finde es auch dreist, weil man so ist wie, okay, ähm, die, die Queere Community ist gut genug, dass man sich bedient an Stereotypen oder dass man, ähm, irgendwie Verhaltensweisen in einem Film vorkommen lassen will, aber nicht so, dass man einfach mal wirklich eine Debatte anstößt und sagt, die Person ist homosexuell und das wird hier gezeigt und ist ein Thema, sondern aber halt nur so, dass, ähm, ich hab das nicht so richtig, also das, ähm, das, es gab früher irgendwie mehr so Regelungen, was auch so Comicfilme und bla 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 angeht, was da überhaupt gezeigt werden kann, ohne dass es als, äh, ich mach's jetzt in Anführungsstrichen pervers, äh, ne, da wurde darauf geachtet, dass man nichts perverses sagt. Ja, aber ein Kuss ist ja immer dabei, bei der Prinzessin und dem Prinz. Es geht ja, genau darum geht's doch, dass du da jetzt keine, äh, queeren Beziehungen oder irgendwas darstellen darfst. Ähm, und zum Beispiel bei König der Löwen, man hat ja diesen Mufasa, der, ich muss den Film nochmal gucken. Der König der Löwen, der, 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 der ist so tief und der hat eine tiefe Stimme und ist so ein richtiger Macker und sein böser, böser Bruder, hab ich gesagt, hat einen ganz schlanken Körper, gefühlt ist er geschminkt und hat auch eine viel höhere Stimme. Ja. Und das kann man auch beobachten, dass so, dass man oft hat, auch in so Barbie-Filmen, der Bösewicht ist meist so ganz schlank und macht so ganz so melodramatisch mit seinen Handgecken irgendwelche Bewegungen und spricht meistens, äh, sehr, sehr hoch. Ja, und man weiß immer, dass die Person quasi, also man weiß nie, was über die Beziehung, also ob die Person vergeben ist oder wie die Sexualität ist, weil das offen gelassen wird. Und das sind alles Attribute, die jemanden geführt, ich mache ja immer Anführungsstrichen, Entmännlichen und zu einem wandelnden, schwulen Stereotyp machen, sozusagen. Ja. Und man hat auch oft in irgendwelchen so Highschool-Serien, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann den, einen besten Freund von der Zicke an der Schule, der meistens auch, wo man so denkt, so durch sein Auftreten könnte man denken, dass er ja zum Beispiel schwul ist oder so. Ähm, und die waren auch immer die Unsympathen, weil die zum Beispiel, kann man auch in vielen Filmen nachgucken, äh, fanden Aussehen immer wichtiger als ein guter Mensch zu sein. Ja. Die waren dann immer so, Aussehen geht über alles und so bla. Und das... Also das sind ja auch immer die gewesen, die quasi nur das machen, was andere sagen, keine eigene Meinung haben, keinen eigenen... Ja. Und immer mit Teil der bösen Gang waren. Und ähm, das habe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt gehört, diesen Begriff, diesen Queer-Coding. Ja. Und man kann ja auf sowas immer achten und so. Und es gibt auch, es gibt auch, äh, coole Gegenbeispiele. Zum Beispiel habe ich dann gelesen, ähm, während Disney bislang noch nicht geschafft hat, eine Figur queer darzustellen, ohne sie zum Schurken zu machen, existieren in der Zeichentrick-Welt heutzutage auch positiv konnotierte queere Darstellungen. Mhm. Wie der Autor Philipp Tingler in der Basler-Zeitung anmerkt. Fröhlichkeit, Lebensbejahrung, Hang zum Spiel und Kreativität, Freude an der Schönheit der Welt. Individualistisch, authentisch, ungekünstelt und frei. Das Gute trägt Tennissocken, Spongebob. Ja, stimmt. Da dachte ich so, ja, Alter, eigentlich ist Spongebob... Spongebob. Also keine Ahnung, da geht's ja, ähm, das... Das ist sowieso immer weird über dieses... Die Sexualität oder so. Beim Joker zum Beispiel gab's eine richtige... Ich... Ich seh da nicht durch. Ja, würde ich mich auch ungern aus dem Fenster lehnen. Nee, aber ich wollte nur sagen, ich habe gesehen, irgendwie war es wohl so, der Joker war immer so ein bisschen vermeintlich vielleicht, äh, vielleicht ist er ja schwul. Dann wurde er irgendwann als nicht schwul, wieder in Anführungsstrichen, dargestellt und dann gab's eine Petition, äh, make him gay again. Und das ist ja auch so, also, wo die Leute wirklich alle gesagt haben, ja, der muss schwul sein und so und da geht's, der ist der böseste Bösewicht. So ein richtiger Psychopath, der ja, so. Und das, ähm, fand ich übelst interessant, weil ich weiß, jetzt glotze ich mir Filme an und achte wieder so übelst da drauf. Ähm, hey, das ist wie, wo irgendwann rauskam, wie viel Redeanteil, äh, weiblich gelesene Personen in Disney-Filmen haben oder in... Also, ne, das ist immer... Man merkt quasi immer, dass irgendwas falsch ist und dann liest man das irgendwann und ist so wie... Alter, das... Also, weißt du, was ich meine? So, deswegen kann ich mich nie in eine Rolle hineinversetzen. Das ist ja noch viel krasser, wenn du halt nicht... Deswegen, äh, wenn du halt... Das ist ja noch viel krasser, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person bist, die jetzt nicht weiß ist, dann hast du kaum Leute, mit denen du dich identifizieren können kannst. Ja. Ja. In so animierten Filmen vor allem auch oder halt auch in anderen Filmen. Schrecklich. Ja, und das, als wir letztens über Frozen geredet haben und so und ich dann so gesagt hab, so, hey, warum muss denn die... Wer war das? Anna? Ja. Elsa. Äh, Gif Elsa, äh, Girlfriend. Ja. Warum muss Elsa denn unbedingt jetzt überhaupt den Traum davon haben, äh, in eine Beziehung zu gehen? Warum kann sie nicht einfach eine Singelfrau sein, deren Sexualität schon alles egal ist? Aber ich check das jetzt umso mehr, dass Role Models ja auch komplett wichtig sind. Ja, na klar. Und, ähm, es natürlich erfrischend wäre, wenn man eine Hauptfigur hätte, die offen zu ihrer Sexualität steht, die halt offen queer ist, sozusagen. Ja, und das ist wie, und da kriegen wir die Klammer zum Anfang wieder. Das ist wie, wenn Typen manchmal sagen, ey, äh, dann zieh doch jetzt dein T-Shirt aus. Mach das doch. Ist doch... Also, äh, das ist wie so tausend Schritte immer. Es gibt natürlich übelst viele Zwischenschritte, bevor man zu einem Ding kommt, was halt dann äh, angenehm ist. Und ich finde, das ist, äh, da ist noch so viel zu tun. Und zum Beispiel bei Disney-Film, Alter, da kann, da könnte man jede Woche was Neues rausgreifen, über das man sich aufregen kann. Und deswegen, ähm, ja, kann ich nur sagen, da ist auf jeden Fall da, wie sagt man, da ist noch nicht alle Tage Abend. Und um, ähm, auch die heutige Folge mit einem Zitat, das hat ein Kumpel von uns von der Montage mitgebracht, der Piet, vielen Dank dafür, ähm, ist ein Spruch, mit dem würde ich euch heute gerne den Feierabend entlassen, bevor ich die ganze Sache hier abmoderiere. Und zwar, ähm, es reicht nicht nur, einen buschigen Schwanz zu haben, man muss auch ein Fuchs sein. Ne? Und damit. Und deswegen, Leute. Tschüss. Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Wir haben ein verbranntes Gehirn. Verbrannte Mozzarella-Brüste. Yeah, yeah. Das war Folge 104 des Grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hingesetzt haben mit einem kleinen, kalten Getränk und für euch eine Folge aufgenommen haben. Kommentiert diese Folge einfach mit Emojis, die für euch, ähm, ganz klar Brüste oder Hoden darstellen. Ähm, viel Spaß damit. Ne, mach keine Hoden. Nur Brüste für Emojis, die für euch, äh, Brüste darstellen. Macht es gern mal. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, cremt euch schön ein, Leute. Macht nicht den Fehler. Passt auf eure Haut auf. Und vor allem, ey, wenn ihr baden geht, dann muss man sich jedes Mal wieder komplett eincremen. Es ist, cremt euch ein. Es ist wirklich, cremt euch ein, Leute. Äh, passt auf euch auf. Und, äh, macht's gut. Nö? Ein Leben ohne dir. Du weißt, ich hab es tausendmal schon probiert. Du kommst immer wieder und ziehst mich in deinem Bann. Unsere Liebe ist unendlich, unendlich lang. Tschüss, ihr kleinen Ratten. Tschüss. Tschüss.